Der epischste Beef im Tierreich ist der zwischen Löwen und Hyänen. Die haben ultra den Hass aufeinander. Löwen mögen vielleicht individuell dominanter sein, aber Hyänen sind Teamplayer und leben in Gruppen von bis zu 100 Killern. Bewaffnet mit so unglaublich starken Kiefern, dass jeder Löwe, der sich in der falschen Nachbarschaft verlaufen hat, ohne Gnade ausgerottet wird. Diese kleinen Gangster beißen einfach immer wieder zu, vor allem auch in seine Eier. Was für ehrenlose Huren...